Ich komm zu dir nach Hause und geb dir no armor Danach spiel ich mit dir Karten und zeig dir, dass du geliebt bist Schau, dass du und deine Klassenkollegen, die die Augen deiner Sturmmaske zu nähten Sich wieder gut verstehen, sorg dafür, dass deine Mutter dich wieder lieben kann Und dann lässt du das sein mit dem Gewaltfantasien, Quatsch Ich mein, wie ernst meinst du das mit dem Pumpgun, Mist Wenn die Quali-Beschreibung ne Entschuldigung für die Quali ist Aber süß, du hast dir zur Aufgabe gemacht Jeden zu tissen und es bei keinem geschafft Props und dann noch in den Kommentaren jedem Danke sagen Dir schreibt, wenn man das und das ändert, wär's ganz okay Junge, in Sachen Unauthentizität Will nicht einmal anders mit dir in Konkurrenz stehen